TikTok war gestern, heute ist es YouTube Shorts und das ist das, um was es heute gehen wird. Wir werden heute ein paar YouTube Minecraft Shorts Videos gucken. Falls ihr Shorts nicht kennt, das ist wie gesagt wie TikTok, nur so ein bisschen auf YouTube und so und halt ein bisschen anders, aber ziemlich ähnlich, aber trotzdem ein bisschen anders. Ihr werdet das ja gleich sehen, Leute. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich habe hier nämlich einen coolen Kanal gefunden und zwar nennt sich der Kanal Jake Fellmann. Jake Fellmann, Jake Fellemont, Jacques Fellemö, ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung. Und hier gibt es halt mega, mega, viele, viele crazy Videos. Und zwar gibt es hier, keine Ahnung, so RTX Minecraft Videos in Ultra HD, crazy, mega krass. Aber die Videos gehen alle immer nur so ein paar Sekunden. Wir werden uns jetzt einfach mal ein paar anschauen, okay? Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das hier an. Das hat einfach 15, das hat 15 Millionen Aufrufe. Junge, Like. Direkt ein Like reingedrückt, Leute. Absolut crazy. Falls ihr auch Bock auf den Kanal habt, checkt den auf jeden Fall mal aus. Der heißt Jake Fellmann, checkt den auf jeden Fall mal aus. Wir schauen einfach mal rein. So, Steve zündet TNT an. Alles klar. Oh. Okay, er baute einfach Holz hin. Ah ja. Oh. Alles klar. Das war auf jeden Fall ein Hammer-Video zum Anfang, Leute. Hat gerade gar keinen Sinn ergeben, was da passiert ist. Wahrscheinlich war das nur so ein Test oder sowas. Lul. Aber, äh, lass mal kurz weiterschauen. Wir haben jetzt hier... Da... Alter, Junge, wie viele Aufrufe haben denn diese Shorts? Yo, ich mach das jetzt auch. Alter, guck mal. 73 Millionen Aufrufe. 72 Millionen Aufrufe. Junge, 56 Millionen Aufrufe. Holy... Oh. Holy Capoli. Lass mal angucken. Was hat da... Was hat da 73 Millionen... Alter! Yo. Oh. Aufrufe. Hä? Das war's? WTF? Junge, was zur Hölle? Wieso hat das so viele Aufrufe? Lass mal das hier gucken. Okay, er baut einfach Diamonds ab. Diamonds, Diamonds. Kachin, kachin. Okay, er geht runter. Da liegt ein Diamond. Und... Ah, das ist so ein Loop. Ah, okay. Und dann fängt das Video wieder sozusagen von vorne an. Oha, wieso... Wieso gucken das so viele Leute? Ist ja voll cool. Das ist ja mega, mega nice. Okay, wir gucken mal weiter. Hier haben wir RTX. Minecraft Shorts. Okay. Alter, wie stark. Das war's. Das war... Sorry, Leute, wenn ich das so sage. Aber was? Ist ja saukrass. Ich hab vorher schon ab und zu mal diese YouTube Shorts geguckt. Aber ich wusste nicht, dass das so krass... Das ist ja mega crazy, wie viele Leute sich das angucken. Oha, Junge. Oha. Aber was? Da passiert ja gar nichts in diesem Video. Da passiert ja gar nichts. Also, es ist cool gemacht, aber hä? Lol. Okay, lass einfach mal weiter gucken. Wir haben hier auf jeden Fall noch mehr crazy Sachen. Okay, okay. Was ist das hier? Nee, Behind the Scenes. Okay. Dann haben wir hier Minecraft RTX 7% Iron Golems. Okay, gucken wir uns das mal an. Ein Eisengolem. Okay. Erbaut. Sozusagen hier mit Eisenblöcken. Das Ganze so hin, sozusagen. Lol. Okay, also. Er baut mit Eisenblöcken einen Iron Golem. Wie man das halt ganz normal... Warum ist meine Kamera ausgegangen? Hallo, Kamera? Was ist denn jetzt los? Okay, also. Er baut jetzt ganz normal einen Iron Golem. Es fehlt der Kürbis in der Mitte und... Okay. Da ist ein... Alter, der Eisengolem sieht ja mega crazy aus. Was ist denn das für ein Eisengolem? Das ist ja voll der Roboter, den der hier gemacht hat. Lol. Okay, das hier sieht mega funny aus. Das hier ist irgendwie so ein Ether Sheep. Okay, wir gucken uns das hier mal an. Okay, er baut das Ether. Man kennt das Ether, Leute. Wo man dann in den Wolken ist, sozusagen. Da ist ein Schäfchen. Wie zur Hölle sieht dieses Schaf bitte aus? Ist das wirklich ein RTX so? Nee, oder? Ein RTX oder ein RTX sieht das nicht so aus, ne? Hier, guck mal das Schaf an. Das hat einfach so eine ganz eckige Frise einfach. Einfach eine eckige Frise. Und er hat es einfach reingeschmissen. Lol. Lol. Er nimmt das Schaf ab. Und tschüss. Alter. Alter, was ist das für ein absolut crazy Ding. Okay, hier haben wir Burning Boneless Loop. Okay. Hier ist ein Enderman mit einem Diamanten in der Hand zu einem Skeleton. Und... Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh nein. Oh. Oh, oh. Ja. Das hätte ich aber auch so gemacht. Ey, das ist ja richtig cool, das Video. Ich gucke mir das jetzt noch mal an. Das ist ja mega stark. Hier. Ich vertraue dir meinen Schatz an. Und er einfach so... Oh, oh, oh. Oh nein. Oh Mann. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Mega. Okay, lass mal gucken. Was haben wir noch so am Start? Okay, was ist das hier? Okay, ist ein Skeleton. Der haut einfach seinen Kopf gegen so einen... Der Klassiker, oder Leute? Der Klassiker. Der Skeleton kriegt das nicht hin. Da kommt einfach der Enderman und klaut ihm einfach den Diamond Block. Diese Endermans, Leute. Diese Endermans. So, lass mal gucken. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar hier angeguckt. Lass mal das hier schauen. Okay, er hat Obsidian gemacht. Obsidian. Er baut's ab mit einer Pickaxe. Let's go, let's go. Ah, perfekt. Perfekt. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Cursed Mining ist das nächste. Okay. Ja. Okay. 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 Geht das dann auch wieder so ins Unendliche rein? Sozusagen in so einen Unendlichkeits-Loop? I don't know. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube schon. Ich glaube, das soll sozusagen so ein Unendlichkeits-Loop sein, weil diese Shorts wiederholen sich ja ständig. Okay. Leute, hier bin ich ein bisschen gespannt. Und zwar ist das hier der Cobblestone-Generator auch wieder im Minecraft RTX. Wir gucken mal rein. Die Lava sieht auch mega nice aus. Okay. Cobblestone. Er baut's einfach mit der Hand ab. Oh. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, Leute? Dieses Problem. Und Ende. Schreibt's mal in die Kommentare, wer von euch das kennt. Wer kennt das von euch? Okay. Ein Skeletten einfach unterwegs. Fängt einfach an zu brennen. Ah. Bleib hier im Schatten, Mann. Alter. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wenn sich das Ganze dann wiederholt sozusagen, dann ist das so ein endlos langer Loop. Mega nice. Okay. Hier haben wir nochmal RTX, TNT, Ofen, eine Kiste. Okay. Licht. Natürlich. Darf nicht fehlen. Da geht's ganz schön weit nach unten. Oha. Und das ist jetzt wieder in so einem... Alter. Das ist mega cool. Man muss sich das wirklich mit dem Handy angucken, Leute. Ich kann's euch nur empfehlen. Schaut euch mal diesen Kanal hier an mit dem Handy. Ja. Und dann schaut euch mal einfach diese Videos sozusagen immer mal wieder an im Loop und sowas. Und es ist mega, mega crazy. Also es gibt auf jeden Fall echt einige, einige coole Videos, so die man sich hier angucken kann. Komm, wir gucken noch eins. Noch eins oder zwei Stück. Wir gucken noch ein paar. Das da sieht richtig nice aus. Und wieder zurück. Junge. Yo. Wie krass ist das bitte? Das sieht so übelst cool aus. Bett. Crafting Bench. Da ist das. Da ist ein Enderman. Und er verschwindet. Okay. Und er baut da wieder das Ding hin. Und bap. Okay. Man kennt sie, Leute. Man kennt sie. Die Endermans. Die good old Endermans. Okay. Das Video heißt Punching Problems. Ich glaube, er baut hier sozusagen Wiese ab einfach. Also Gras. Okay. Ja. Oh. Ah. Ah. Das tat bestimmt weh. Und ich glaube, das ist auch das perfekte Stichwort, um hier das Video zu beenden, Leute. Kann sein, dass es ein bisschen verwirrend war für den einen oder anderen. Aber diese YouTube Shorts sind mega, mega cool. Lass auf jeden Fall ein Like da, falls es euch gefallen hat. Schaut euch auch safe mal YouTube Shorts an. Da gibt es eine Menge Sachen. Falls ihr am Handy seid oder sowas, checkt es mal unbedingt aus. Das ist richtig nice. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, Leute. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.